Hallo und willkommen auf mycademy24.de Suchen Sie eine neue Tätigkeit, spannend, mit viel Abwechslung? Eine lukrative Arbeit im Bereich der Sicherheitsberatung? Bei eigener Zeiteinteilung? Haben Sie Interesse an Selbstschutz und Selbstverteidigung? Dann ist das neue Berufsbild ATS Safety Coach für Sie ideal und wie für Sie geschaffen. Was ist ein ATS Safety Coach und welche Art der Tätigkeit führt ein Safety Coach aus? Ein ATS Safety Coach bietet folgende Dienste an. Sicherheitsberatung für private und geschäftliche Belange. Sicherheitstraining, zum Beispiel als Leiter von Trainingsgruppen oder als Personal Trainer, vermittelt ein Safety Coach Mitbürgern das System ATS. Was ist ATS? ATS ist die Abkürzung für Anti-Terror-System. Das Original ATS beinhaltet ein Sicherheits-, Selbstschutz- und Selbstverteidigungstraining von Personenschutzexperten speziell für die Bedürfnisse von Privatbürgern entwickelt. Teil des ATS ist ein Nahkampfsystem basierend auf dem israelischen Nahkampf Krav Maga. Ferner ist ATS City Survival wichtiger Teil des Systems. Wenn Sie ATS noch nicht näher kennen, so besuchen Sie am besten www.antiterrorsystem.com und erfahren Sie mehr zu diesem System. ATS werden Sie Ihr eigener Bodyguard, kein Kampfsport, sondern ein Sicherheitssystem für den gesamten Alltag, zu Hause, unterwegs, im Urlaub. Die Ausbildung zum ATS Safety Coach vermittelt Ihnen alle Fähigkeiten, die Sie zu einem kompetenten Sicherheitsberater bzw. Sicherheitsberaterin machen. Beraten Sie private und geschäftliche Kunden in allen Fragen der Sicherheit. Als ATS Safety Coach werden Sie Teil eines Experten-Netzwerks. Sie sind nie allein auf sich gestellt. Fachleute aus allen Sicherheitsbereichen sind Ihre Kollegen. Sie werden zudem durch die Ausbildung ATS Trainer und schulen Ihrerseits Mitbürger in City Survival und ATS Nahkampf. Dies kann als Personal Trainer erfolgen oder im Rahmen einer eigenen Trainingsgruppe. Wie das alles funktioniert, lernen Sie von uns. Interesse an dieser spannenden, lukrativen Arbeit und der Ausbildung ATS Safety Coach? Dann kontaktieren Sie uns am besten auch heute auf myacademy24.de. Auf der Seite Kursübersicht können Sie dort mehr über den ATS Safety Coach erfahren und kostenlos Detailinfos anfordern. Sie erreichen uns dort auch, um Ihre Fragen zu stellen. ATS Safety Coach – eine dauerhafte Tätigkeit, finanzieller Erfolg, haupt- oder nebenberuflich für Damen und Herren ab 21 Jahren. Bitte kontaktieren Sie uns noch heute, myacademy24.de. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht. E 먹을 so. Ich sage Ihnen immer noch mal, auch ich jetzt auch noch zwei machen. Hier habe ich die Station gew milliseconds unterh much. Ich werde nicht mehr so.